Ich würde sagen, Action! Hi Lisa! Hi! Wie klingt dein Lieblingsgeräusch? Mein Lieblingsgeräusch? Puh! Wie nach einem Schuss. Puh! Ja, doch. Welche fünf Tags würdest du benutzen, wenn dein Leben ein Video wäre? Ja, diese Tags. Äh, wenn mein Leben ein Video wäre. Äh, chaotisch. Äh, Pechsträhne. Geldsägen. Abwechslungsreich und, ähm, abenteuerlich. Mit welcher historischen Figur würdest du gerne mal ein Selfie aufnehmen? Marie Antoinette. Wie lautet dein Lieblingsschimpfwort? Ich fluche nicht laut. Stell dir vor, du surfst auf einer verwunschenen Internetseite. Somit. So wie Akinator? Nee, also so richtig verwunschen, ne? So Magie und... Uh, 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 uh. Akinator soll auch Magie. Ja, ja, aber die ist anders verwunschen, ne? Äh, was nämlich passiert ist, dass du fortan nur noch einen Kommentar unter Videos posten darfst. Dein Leben lang. Wie lautet der Kommentar? Erster. Wie lautet der dein erstes Pseudonym im Netz? Äh, fliegender Stern. Was ist dein Lieblings-Meme? Der Rage-Meme, natürlich. Welcher Kommentar unter deinem Video würde dich sofort zur Weißglut bringen? Keins. Stell dir vor, du bist tot, stehst vor dem jüngsten Gericht. Es werden alle deine Videos vor dem Hohen Gericht beurteilt. Wie lautet der Richterspruch? Zu wenig Titten. Und jetzt dein Gesichtsausdruck, wenn du den Deutschen Web-Videopreis gewinnen solltest. Vielen Dank, Lisa. Das war schön. Und dafür bist du hingekommen.